Wir sind Ensemble Feuervogel aus Freiburg. Wir spielen hauptsächlich Musik aus dem Mittelalter, der Renaissance und aus der Gegenwart. Daher kommt auch unser Name. So wie der Phönix ein Fabelwesen ist, das aus etwas Altem der Asche entsteht, so machen wir aus alter Musik etwas Neues. Durch eigene Interpretationen, Arrangements, die Kombination mit neuer Musik und das Zusammenspiel mit zeitgenössischen Künsten. In unseren Konzertformaten arbeiten wir gerne mit Tanz, Text und Raum. Elizabethan England ist eine musikalische Miniatur, in der wir die Musik vom Hofe Queen Elizabeth I. porträtieren. Inspiriert wurden wir dabei durch den Maler Nicholas Hilliard, der am Hofe der Queen Miniaturporträts anfertigte. Wie Hilliard nehmen wir also verschiedenste Details, seines Komponisten, Genre, Stimmungen genauestens unter die Lupe, sodass sie sich zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Was uns besonders an der Musik der englischen Renaissance begeistert, ist die enorme Bandbreite und Vielseitigkeit. Wir haben komplexe polyfone Instrumentalmusik, die sich auch durch ihre besondere Harmonik auszeichnet. Andererseits haben wir auch rhythmische, schwungvolle Tanz- und Vokalmusik. Diese Vielseitigkeit ermöglicht uns das Spiel zwischen intimen und extrovertierten Momenten, was uns sehr fasziniert. sich einmal kurz an der Musik zur Film über die Pelosi der